Hallo und herzliche Grüße aus unserem sonnigen Thinktacture Webinar Studio heute. Ich hoffe, ihr seid gestern nicht durch die Gegend geweht worden, wie wir hier zum Teil im Süden. War sehr spannend. Genauso spannend wie unser Thema heute. Wir haben ja schon häufiger über Möglichkeiten gesprochen, wie man moderne Web-Apps baut und eine Challenge, die natürlich entsteht, wie bekomme ich die Web-Apps letztendlich sinnvoll an die Zielgruppe. Das heißt, wie baue ich eine PWA für Desktop, für Mobile oder verwende ich Elektron, Capacitor? Was passt einfach besser? Die Frage, und noch ein bisschen an Fragen, was da außenrum schwebt, wird euch heute Chris beleuchten. Wir werden dafür so roundabout 50 bis 60 Minuten brauchen, also Chris in der Hauptsache, und werden danach auf eure Fragen eingehen. Wie es vielleicht von uns gewohnt seid, am Anfang noch ein paar Worte zum Webinar, welche Funktion es gibt, was ihr tun könnt und was auf euch zukommt. Da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Das geht auch ganz schnell. Ihr seid gleich mit Christian am Start. Das war die letzte Folie. Die zeige ich euch gleich nochmal. Das ist die erste. Genau. Mitmachen ist erwünscht. Das heißt, nutzt sehr gerne den Chat. Lasst ein Hallo da, ob gestern alles aufeinander geblieben ist bei euch oder ob es Verluste gab im Garten wie bei mir. Nebendran findet ihr eine Q&A-Sektion. Da könnt ihr sehr gerne eure vielleicht schon mitgebrachten Fragen eintragen oder Fragen, die ihr während des Webinars habt, einstellen. Wir werden im Nachgang vom Talk von Chris darauf eingehen. Ihr könnt auch quasi ein Voting verwenden. Wenn euch eine Frage, die bereits gestellt ist, auch interessiert, müsst ihr die nicht nochmal stellen. Lasst einfach ein Like da, dann wandert die automatische Priorisierung nach oben und wir schauen dann eben entsprechend die Priorisierung nachher drauf. Generell habt ihr die Möglichkeit, den Chris auf Konferenzen zum Beispiel zu treffen, wenn sie denn mal wieder vor Ort stattfinden. Aktuell ist es ja leider nicht so wirklich möglich. Aus gutem Grund. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir euch so ein bisschen Konferenzfeeling digitalisieren? Der Gedanke dabei ist ein bisschen, dass man auf Konferenzen ja viel miteinander spricht, außerhalb des Talks, was ja so ein bisschen von der Bühne in Richtung Publikum ist. Man trifft sich ja dann meistens auch nochmal bei einem Bier oder bei einem Kaffee in der Pause und kann dann zum Beispiel mit dem Chris einfach mal über bestimmte Fragen diskutieren oder sinnieren. Ist in der heutigen Zeit halt ein bisschen schwierig, weil es gibt keine Fortkonferenzen. Deswegen unser digitaler Ansatz. Wir haben für euch so ein Expert One-on-One auserkoren, für das ihr euch sehr gerne registrieren könnt. Das sind 20 Minuten, wo ihr dem Chris eure Fragen stellen könnt. Ich blende euch jetzt mal ganz kurz ein, wie ihr euch registrieren könnt. Das ist das richtige Slide. Here we go. Genau. Das Ganze ist kostenlos. Ihr könnt euch registrieren. Ich komme dann auch für euch zu mit einer genaueren Terminabstimmung. Nutzt das sehr gerne. Ihr könnt auch gerne noch einen Kollegen mitbringen, wenn ihr wollt. Chris freut sich auf jeden Fall auf eure Fragen. Ist natürlich auch eine sehr schöne Herangehensweise, wenn ihr jetzt Fragen nicht unbedingt im Rahmen des Webinars öffentlich quasi diskutieren wollt, sondern das Ganze ein bisschen exklusiven Charakter haben soll. Moment. So, für uns ist auch noch sehr wichtig, dass wir euch im Nachgang vom Webinar die Materialien zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mit eurer Handycam dastehen und alles mitfilmen, sondern ihr kriegt das Webinar-Recording im Nachgang zur Verfügung gestellt. Genauso wie die Slides, Code-Samples, alle Links, die wir verwenden oder die Chris auch hat. Damit seid ihr eigentlich komplett frei und könnt euch auf den Talk konzentrieren. Uns würde zusätzlich noch interessieren, wie euer Feedback zu diesem Talk ist oder gerne auch bei weiteren Webinaren. Was können wir verbessern? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr vielleicht andere Themen, Anregungen? Lasst uns sehr gerne wissen. Ihr werdet nach dem Webinar automatisch auf die Seite weitergeleitet. Solltet ihr früher euch ausklinken müssen, dann nutzt dafür bitte das Kontextmenü rechts oben und klickt explizit auf Exit Webinar und schließt nicht einfach den Browser-Tab. Auch dann werdet ihr eben genau auf diese Feedback-Seite weitergeleitet. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit von meiner Seite. Mich hört und seht ihr später wieder. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Chris. Rock'n'Roll, die Bühne ist dein. Viel Spaß. Alles klar, super. Vielen Dank, Göran, für die nette Einführung und hallo an alle, die auch schon im Chat geschrieben haben. Hallo nach Köln, Berlin und Bamberg. Alles Orte, wo ich gern so schnell es geht, wieder hin würde. Vor allem Bamberg. Rauchbier wäre auch mal wieder nicht schlecht. Und Erfurt war auch am Start. Wunderbar. Sehr cool. Die erste Frage habe ich auch schon gesehen von Werner Cordova versus Capacitor. Das haben wir drin. Ich hoffe, das adressiert es so ein bisschen. Wenn es da noch Fragen gibt, dann gerne einfach melden und dann nehmen wir die auf. Ich habe während des Webinars immer ein Auge auf den Chat. Also wenn es Punkte gibt, dann schreibt gerne in den Chat und wenn es gerade irgendwie passt, nehme ich es gerne direkt mit auf. Ansonsten gucken wir am Ende über eure Fragen drüber. Dann teile ich einmal meinen Bildschirm, Share Screen. Dann ist es dieser hier. Und dann sollte das Ganze jetzt sichtbar sein. Wunderbar. Sehr schön. Also Elektron, Capacitor, Cordova, PWA. Um das soll es heute gehen. Das sind alles, wenn man so möchte, im weitesten Sinne Deployment-Technologien. Also wie gesagt, im weitesten Sinne. Und klären möchte ich mit euch, wann man was, wie und warum denn ziehen würde. Es gibt natürlich Gründe für alles und was die Entscheidungsmerkmale sind, möchte ich euch auch untermauert aus den Erfahrungen, die wir aus dem Projektgeschäft so mitgenommen haben, heute gerne erzählen. Ganz kurze Intro möchte ich echt kurz halten. Christian Liebl ist mein Name. Bin beim W3C mit dabei in der Web-Apps-Arbeitsgruppe und bei den Expertenprogramm von Microsoft und Google, MVP und GGE-Programm. Meine Kernthemen sind Angular und PWA. PWA ist heute auch wieder dabei. Deswegen passt es schön. Slides, wie gesagt, bekommt ihr. Werden auch nochmal unter dieser Location hier hochgeladen danach. Und falls ihr mich kontaktieren wollt, gibt es das Twitter-Handle und die E-Mail-Adresse. Nutzt das gerne. Ich zeige es auch ganz zum Schluss nochmal. Und wie gesagt, da gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze per Videochat dann zu machen über das Expert-One-on-One dann am 17. Mai. Okay. Soweit zur ganz kurzen Vorstellung. Jetzt können wir endlich auch zum Content kommen. Es soll um folgende fünf Punkte gehen. Zunächst einmal schauen wir in eine ganz, ganz kurze Einführung rein. Also, warum ist das Thema überhaupt relevant? Warum stellt sich die Frage zwischen Elektronen, Kapasitor, Cordova und PWA? Dann werden wir uns die einzeln anschauen. PWA mit Vor- und Nachteilen, Elektron mit Vor- und Nachteilen und Kapasitor mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Und zum Schluss fassen wir das nochmal komplett zusammen und versuchen dann so eine Art, ja, Leitfaden zu geben, wann sich denn was für welchen Einsatzzweck dann eignet. Ja, wer Think-Texture vielleicht schon etwas länger folgt. Ich habe hier mal einen Konferenzausschnitt mitgebracht von der Buster Spring 2013, also jetzt entspannte acht Jahre her. Und da habe ich diesen Vortrag gefunden von meinem Kollegen Christian Weyer. Und in diesem Vortrag fällt folgendes Zitat. Cross-Plattform und Cross-Geräte-Entwicklung wird in den nächsten Jahren die Norm werden. Das fand ich interessant und war 2013 sicherlich eine, ja, vielleicht gewagte Aussage. Weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich glaube, das Ganze hat sich erfüllt und hat sich bewahrheitet. Denn heute ist das Verwenden von unterschiedlichen Geräten eigentlich der Standardfall. Ich sage mal so, das Standard-Setup aus meiner Sicht ist, dass die Leute vielleicht ein iPhone in der Tasche haben, ein Windows-PC haben und vielleicht noch ein Android-Tablet im Wohnzimmer rumfahren haben. Und sie nutzen typischerweise all diese Geräte. Und es ist eben nicht mehr so wie früher, dass jetzt alles Windows ist, wo man dann einmal eine C-Sharp-App schreiben und die überall läuft. Sondern wir haben jetzt diese, ja, diese Breite, diese Vielfalt an Plattformen und Formfaktoren, die wir adressieren wollen. Dazu braucht es Möglichkeiten, um Cross-Plattform und Cross-Device zu entwickeln. Und wenn ihr vielleicht mal in eure Taskbar schaut, in euer Doc, dann seht ihr dort mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Cross-Plattform-Apps. Nämlich zum Beispiel VS Code oder Skype oder Slack zum Beispiel. Gut. Jetzt also kurz Flashback zu acht Jahre später. 2021 funktioniert diese Cross-Plattform-Story noch immer. Und aus meiner Sicht ist sie, ja, besser wie noch, also so gut wie noch nie. Ja, also es wird auch immer besser über die Zeit. Heute können wir tatsächlich erreichen, dass wir mit einem Team und einer Code-Base eine maximale Breite an Plattformen adressieren können. Es gibt hier ganz viele Technologien, um das zu machen. Einfach, um kurz die komplette Bandbreite auch darzustellen. Zunächst einmal, klar, ich kann jetzt fünf Teams aufsetzen. Ein iOS-Team, ein macOS-Team, ein Windows-Team, ein Android-Team, ein Blub-Team, die alle jeweils eigene native Apps entwickeln. Das geht, wenn ich das Geld habe und die Ressourcen, um das Ganze durchführen zu können, dann ist das sicherlich eine schöne Sache. Realistisch betrachtet ist es aber wahrscheinlich eher selten der Fall und es geht ja auch um Fragen der Effizienz, beispielsweise oder Produktivität. Und da ist es wahrscheinlich eher sinnvoll, auf Multi-Plattform-Ansätze mal mindestens zu setzen, wie zum Beispiel ein Xamarin oder Flutter oder eben webbasierte Ansätze. Und die webbasierten Ansätze, die sind dann aus meiner Sicht die echt cross-plattformfähigen Fundamente, weil es halt wirklich überall funktioniert. In den Browsern, also selbst wenn ich eine App nicht installiere dafür, aber auf Mobilgeräten auch und auf Desktop-Geräten. Sprich, wenn man sich das Web jetzt mal rauspickt als Anwendungsplattform, dann ergibt sich für mich das folgende Bild. Wir sind quasi auf einem Weg, der führt irgendwo hin. Gestartet hat das Ganze so ungefähr um 2009, sag ich mal, mit der Herausgabe von HTML5, was quasi HTML neben vielen, vielen weiteren Punkten auch für die Anwendungsentwicklung erweitern wollte. Danach kamen viele Punkte hier dazu, die uns speziell in diesem Kontext geholfen haben. eine Local Storage, so eine Sache, über die man heute schon gar nicht mehr drüber nachdenkt. Die wird beispielsweise im Kontext von HTML5 damals eingeführt, oder der Application Cache damals. Ja, und aktuell sind wir an unserem Weg wahrscheinlich so circa da, oder wahrscheinlich sogar schon einen Ticken weiter. Was man hier sehen kann, das sind die Logos von Electron und Capacitor. Das sind Wrapper-Technologien, die eine in HTML geschriebene Anwendung nehmen und sie verpacken. Verpacken für native Plattformen. Also, die Desktop-Apps mit Electron, dieses Atom, was man hier sehen kann, und die Mobil-Apps mit Capacitor. Das ist hier dieses, oh, was ist Capacitor auf Deutsch? Komme ich da schnell drauf? Na, wahrscheinlich nicht. Ihr wisst, dieses elektrische Bauteil, ein Widerstand, das ist, glaube ich. Oder auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht weiß es jemand im Chat, ich bin nicht so der Elektrotechniker. Genau. Jedenfalls, das sind so die aktuellen Polyfill sozusagen, um unsere Web-Apps zu paketieren für, ja, für diese Plattform. Kondensator. Danke, Werner. Genau, das habe ich gemeint. Ja, und das Ziel, oh, es haben ganz, ganz viele geschrieben. Ja, sorry, ihr habt alle recht, Kondensator. Sorry. Genau, das Ziel ist dann aus meiner Sicht aber folgendes, nämlich die Progressive Web-App. Progressive Web-Apps sind jetzt ein rein webbasiertes Anwendungsmodell, die jetzt eben keine native Hülle mehr brauchen, also keinen, nicht mehr diesen Rapper-Ansatz drumherum. Das hat extrem viele Vorteile und das werden wir noch sehen. Im Titel könnt ihr aber schon erkennen, dass es auch heute Gründe gibt, warum man sagt, man macht vielleicht eher PWA oder aber, und auch das wäre legitim, man schaut eher in Richtung Elektron oder Capacitor zunächst einmal. Was wir sehen, gerade in den aktuellen Projekten, ist, dass es ganz, ganz oft in Richtung PWA führt. Aktuell die Anfragen, die dort kommen, vielleicht ist schon mal so ein bisschen geteasert, aufgrund der Problematiken, die so ein App-Store mit sich führen kann und aufgrund der Business-Modelle, die vielleicht im App-Store nicht realisiert werden können, aufgrund der Vorgaben, und sicherlich auch in Richtung der Sichtbarkeit. Eine PWA kann man dann auch im Store, äh, sorry, direkt im Web einfach verwenden. Aber das sind schon Details, da kommen wir jetzt dann gleich im Einzelnen drauf. Gut, also wir beginnen mit dem PWA-Ansatz, also quasi mit dem Ende des Ziels und dann werden wir feststellen, wo das quasi noch nicht reicht und wann wir dann auf die Fallback-Ansätze sozusagen zurückfallen müssen. Ja, Progressive-Web-Apps sind ein Web-basiertes Anwendungsmodell. Das Ganze wurde erfunden so circa 2014, 2015, 2016 rum. Was es sagt ist, dass wir ja, quasi zunächst einmal, wenn wir eine PWA schreiben wollen, eine ganz normale Web-Anwendung schreiben. Und die wird dann angereichert um bestimmte Funktionalität. Funktionalität. Hier sind so die zehn typischen Eigenschaften, anhand derer man eine PWA definiert. Eine Responsive zum Beispiel soll sich an die Bildschirmabmessungen anpassen, die soll installierbar sein, soll offline funktionieren, das sagt zum Beispiel Connectivity Independent. Das ist quasi eine Art Checkliste, die ich erfüllen muss, wenn ich eine Web-Anwendung schreibe, die später eine PWA sein soll. Progressive-Web-Apps basieren unter der Haube dann auf zwei konkreten technischen Spezifikationen. Zum einen dem Web-Application-Manifest, was sich um die Punkte der Discoverability und Installability kümmert. Diese Spezifikation kümmert sich um das Aussehen, ja, prima um das Aussehen der auf dem Gerät installierten Anwendung. Und dann gibt es als zweiten Teil noch den sogenannten Service Worker. Der kümmert sich hier um diese Fragestellungen, Connectivity Independent und Fresh, sowie Re-Engageable, also zum Beispiel das Senden von Push-Benachrichtigungen an eine solche PWA. Das ist ein Aufgabegebiet der Service Workers. Der kümmert sich grob darum, dass die Webseite eine Offline-Kopie der Webseite gehalten wird und von dieser Offline-Kopie aus wird man die Anwendung auch im Regelfall starten. Das heißt, die ist super schnell da, sodass man hier keine Verzögerung merkt. Das ist das PWA-Anwendungsmodell. Das ist mal in ganz, ganz wenigen Worten umrissen. Wir schauen uns aber auch da noch eine kurze Demo an, dass, falls ihr das Bild jetzt noch nicht habt, dass sich das vielleicht noch etwas festigt. Gucken wir uns kurz mal den Deployment-Pfad an, denn in dieser Fragestellung unterscheiden sich dann auch die unterschiedlichen Ansätze. Bei Progressive Web Apps haben wir zwei Beteiligte. Da gibt es zum einen mal den Browser, euren Client, und dann gibt es auf der anderen Seite den Server. Auf dem Server werden die Quelldateien eurer Web-Anwendung bereitgestellt, zum Beispiel über FTP, also ein sehr, sehr simples Deployment-Modell. Und dann haben wir da zum Beispiel HTML, CSS, JavaScript-Dateien, Web-Assembly-Dateien vielleicht und weitere Assets, Bilder, Videos und so weiter. Beim ersten Aufruf eurer Web-Anwendung funktioniert es ganz simpel. Ich gebe einfach nur eine Adresse ein, zum Beispiel youtube.com, die jetzt zum Beispiel auch eine inszenierbare Anwendung sind. Was dann passiert ist, dass jetzt über das Internet die Quelldateien auch zu meinem Browser übertragen werden und dann startet innerhalb meines Browsers die Single-Page-Application. Also muss nicht unbedingt eine Single-Page-Application sein, aber für PWA ergibt es meistens Sinn. Diese Single-Page-Application, die registriert einen eben schon angeklungenen Service-Worker und was dieser tut, ist jetzt im Hintergrund, sobald diese Quelldateien angefragt werden, diese Quelldateien in einen lokalen Cache zu schreiben. Es geht hier dabei nicht um den HTTP-Browser-Cache, den man vielleicht sonst kennt und den man dann service-seitig steuert, sondern dieser Cache ist komplett unter eurer Kontrolle als Entwickler. Hier ist nichts, was in irgendeiner Form dazwischen ist und damit rummanipulieren kann. Und in diesem Cache legen wir jetzt die HTML, JavaScript und CSS Quelldateien ab, sodass die Anwendung von hier aus jetzt autonom funktioniert, sprich, wenn ich die Internetverbindungen nun kappe, wie hier in diesem Bild zu sehen, dann kann ich die Webseite immer noch aufrufen. Plus, wie gesagt, wenn ich sie zum ersten Mal aufrufe, da kann man einen Service Worker gewiss einstellen, dann macht man es typischerweise so, dass wir auch erst mal aus dem Cache laden, damit wir so schnell wie möglich dargestellt werden und danach im Hintergrund die Aktualisierung vornehmen können. Das ist das Deployment-Modell und die Architekturübersicht. Die Installation, die Install Experience, die sieht im Web wie folgt aus. Je nach Browser, hier sehen wir Chrome in einer schon etwas älteren Version, ist es unterschiedlich, an unterschiedlichen Orten zu finden. Chromium-basierte Browser bieten auf dem Desktop in der Adresszeile eine Möglichkeit an, um eine Web-App zu installieren. Muss ich oben drauf gehen, auf das, hier ist es noch das Plus, mittlerweile ist es ein PC mit Pfeilchen und dann klicke ich auf Install. Und dann wird quasi eine Verknüpfung erstellt, auf Betriebssystem-Ebene. Ich bekomme also dann ein Icon in die Programmliste oder auf den Homescreen meines Systems und wenn ich darauf tippe, öffnet sich die PWA wieder. Allerdings kann sie sich dann in einem Standalone-Modus öffnen, das heißt, von dort aus gestartet erscheint sie nativ, als wäre es eine, ja, als wäre es eine native Anwendung. Soweit, so gut. Das ist, wie ich denke, relativ nett, denn das Deployment-Modell ist sehr einfach. Ich muss einfach nur zunächst einmal irgendwelche Quelldateien auf den Server stellen und der Anwender muss einfach nur auf Install klicken in der Adresszeile. Aber natürlich gibt es bei dem PWA-Modell auch ein paar Probleme und das Problem, das wahrscheinlich aus meiner Sicht größte Problem, ist dieses hier, die sogenannte Web-App-Gap. Ich habe hier mal in einem, ja, in einem Diagramm ohne Achsen und ohne Achsenbeschriftungen dargestellt, wo das Web und wo native Ansätze so ungefähr stehen. Und wie ihr seht, gibt es da einen Versatz. Das ist die sogenannte Web-App-Gap. Also das Web kann dann halt eben doch noch nicht ganz genauso viel, was auch native Ansätze können. Glücklicherweise ist diese Web-App-Gap über den letzten, wie gesagt, so circa jetzt über zehn Jahre, seit wir HTML5 haben, zusehends geschrumpft, aber wahrscheinlich wird diese Web-App-Gap niemals komplett verschwinden. Es ist natürlich immer schwierig, Vorhersagen für die Zukunft zu treffen, aber Stand heute würde es mich wundern, wenn man irgendwann mal einen Virenscanner zum Beispiel als PWA entwickelt. Das würde mich doch stark wundern. Das heißt, PWA adressieren so den 80% App-Markt, Business-Anwendungen, vielleicht Spiele, Forms-over-Data-Apps. Ja, also wie gesagt, so aus meiner Sicht, denke ich mal, so den 80% bis 90% App-Markt und dann wird es aber wahrscheinlich weitere spezialisierte Apps geben, die man auch in Zukunft nativ entwickeln wird. Diese Web-App-Gap, die soll allerdings weiterhin schrumpfen und dafür haben sich drei Unternehmen zusammengetan. Wer Thinktoucher vielleicht folgt, der hat dieses Stichwort auch schon gehört und der weiß, worum es jetzt als nächstes geht, nämlich um Project Fugu. Project Fugu ist eine Initiative von Google, Intel und Microsoft, die das Ziel hat, diese Web-App-Gap weiter abschmelzen zu lassen. Alle drei Unternehmen haben da ein Interesse dran. Google hat zum Beispiel Chrome OS, ein webbasiertes Betriebssystem, wo alle Apps mit Web-Technologie geschrieben werden. Microsoft hat HTML-Apps schon seit Windows 8 auf dieselbe Ebene gehoben tatsächlich wie native Apps auch und Intel hat in ihren Metrigen festgestellt, dass die Browser die meiste Zeit, wenn ihr Rechner an ist, in einem Browser verbringen. Sorry, die Anwender verbringen natürlich die meiste Zeit im Browser, solange der Rechner an ist. Das heißt, auch die haben Interesse, dass die meistgenutzte Anwendung den meisten Wert natürlich auch liefern kann. Die gemeinsame Mission hier ist, von diesen drei Unternehmen plus weiteren, Elektron ist da zum Beispiel auch mit dabei, das Elektron-Team und auch noch weitere Chromium-Contributor, die sind nämlich auch alle drei Beitragende des Chromium-Projektes, die sind hier mit am Start und wollen das Web zurückholen, wie es hier so schön steht, ja, und zwar API um API. Welche Schnittstellen bringt Project Fugu so ins Web? Ich habe hier mal exemplarisch ein paar rausgepickt. Oben seht mal die Contacts Picker API, die erlaubt uns auf das Adressbuch des Anwenders zuzugreifen und dann quasi im WhatsApp-Stil einen Kontakt mit der Anwendung zu teilen. Kennt ihr, wenn ich irgendwie sage, ich würde gerne Kontakt weiterleiten an jemand anderes, dann kann ich da sagen, ich möchte diesen Kontakt und ich will seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer und sein Geburtsdatum möchte ich gerne freigeben. Das setzt diese API um. Rechts sind wir die Screen Wake Log API, die hält den Bildschirm an, sinnvoll für Präsentations-Apps, PowerPoint PWA oder für Kiosk-Style-Apps, für Rezepte-Apps, dafür ist diese API gut. Es gibt die Picture-in-Picture-API, die sind es erlaubt, Videos in einem eigenen Fenster darzustellen, sodass ich einen Artikel verfassen und nebenher dennoch irgendein YouTube-Video schauen kann und zu guter Letzt gibt es die File System Access API, die sehr cool ist, die erlaubt uns nämlich Zugriff auf das Dateisystem des Anwenders und damit kann man Produktivitäts-Apps bauen in derselben Güte, wie man sie von klassischen Desktop-Anwendungen gewohnt ist. Das hier ist nur ein Ausschnitt. Das Schöne ist, dass jeder, auch ihr eine noch fehlende Capability melden könntet an das Fugu-Team. Hier unten habe ich euch mal den Link mit reingepackt, falls ihr denkt, wir haben so eine Anforderung, da wäre es cool, wenn wir eine Web-Anwendung dafür hätten und könnte man das hier an das Fugu-Team weiterleiten. Allerdings seid ihr vielleicht auch schon zu spät, denn die Liste der Fugu-APIs, die da kommen sollen, die ist horrend lang. Ich habe hier mal einen Screenshot mitgepackt und öffne es gerade mal kurz, dann können wir uns kurz mal anschauen, was denn da so alles drinsteht. Fugu-AP-Tracker, dort unten haben wir ihn und das soll so ein bisschen auch zeigen, um was es denn alles geht bei Project Fugu. Also zunächst mal sieht man, die Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Das sind alles APIs, die Chromium quasi gerne shippen möchte. Die shippt, die sind schon drin. Da sehen wir zum Beispiel das File-System-Access-API, von der ich gerade eben gesprochen habe, dass die sogar schon ausgerollt ist, die ist schon da. Origin-Trial sind so die nächsten, die kommen. Developer-Trial sind die noch etwas weniger weiterentwickelten und dort sehen wir zum Beispiel eine Autostart-Funktionalität für PWAs, dass man die direkt mit dem System starten kann. Dann kommen die APIs, die gerade angefangen werden zu entwickeln. Raw-Sockets ist ja interessant, dass man echte TCP- und UDP-Sockets zum Beispiel aufmachen darf, aus der Web-Anwendung heraus, was heute noch nicht geht. Und da gibt es hier eine lange, lange Liste an Tickets, die under consideration sind. Das heißt, wie man hier sehen kann, hier wird es noch viel zu erzählen geben in den nächsten Jahren über neue Apps im Web-Umfeld. Fairerweise muss man dazu sagen, das hier sind, das ist eine Chromium-Initiative. Das heißt, hier sind Mozilla und Apple zunächst einmal nicht an Bord. Allerdings ist es per se im Web-Biz auch nichts ganz Ungewöhnliches, dass manche Hersteller schon mal vorangehen, das tun tatsächlich übrigens alle, und dann Vorschläge machen, die dann entweder akzeptiert werden oder halt eben nicht. Das heißt, was wir hier sehen, ist quasi Web-Plattform-Entwicklung, die gerade in vollem Gang ist. Gut, also, was ich zeigen will, ist, das Web darf jede Menge an neuen Schnittstellen erwarten. Das heißt, die Lücke zwischen Web und Native, die dürfte weiterhin abschmelzen. Gut, dann hüpfen wir mal zurück hier in die Folien. Ich will euch kurz mal zeigen, wie solche Web-APIs nun aussehen, also wie echte Web-Plattform-APIs sich anfühlen. Ich habe hier mal die File-System-Access-API mitgebracht, wie gesagt, geschickt wurde mit Chrome 86 und die erlaubt mir jetzt einen Zugriff auf das native Dateisystem. Ganz wichtig, bei Fugu geht es immer darum, die Sandbox des Browsers zu wahren, also die Sandbox, die soll quasi da bleiben. Web-Anwendungen sollen jetzt nicht wahlfrei auf mein System zugreifen dürfen und sagen dürfen, schreib mal dein Windows System 32 irgendwas rein oder lösch mal die DLL weg oder so. Darum geht es nicht, sondern es werden hier immer Maßnahmen eingezogen, um Sicherheit und Privatsphäre der Anwender auch zu wahren. Hier sehen wir die File-System-Access-API, die, wie gesagt, jetzt zum Beispiel Dateien öffnen kann aus dem File-System oder wo ich Dateien zurückschreiben kann und Dateien bestehende, die ich schon mal geöffnet habe, auch wieder überschreiben kann und dazu wird eine neue Methode angeboten auf dem globalen Window-Objekt, die sich Show-Open-File-Picker nennt. Was wir da sehen, ist eine erste Maßnahme, nämlich Feature-Detection, wie gesagt, diese API ist gerade Chrome-Only, das heißt, sie wird in Firefox und in Safari nicht funktionieren, deswegen muss ich gucken, gibt es die API und falls es sie gibt, nutze ich sie, ansonsten muss ich einen Fallback-Ansatz nehmen, jetzt im speziellen Fall für Datei, sich dem Zugriff, gibt sowas übrigens schon im Web, da gibt es übrigens auch sogar schon Webkit-proprietäre Ansätze dafür und wenn es aber keinen Fallback gäbe, dann besteht auch die Möglichkeit, das Featuren eben zu deaktivieren oder zu verstecken. Ja, dann würde man als nächstes diese Show-Open-File-Picker-Methode aufrufen, dann kümmert sich jetzt der Browser darum, die passende Betriebssystem-API aufzurufen. Das heißt, was ich jetzt hier insbesondere nicht machen muss, ist zu checken, bin ich auf Windows, dann rufe ich den Win32-Call, bin ich auf Mac, dann tue ich das, bin ich auf Linux, dann tue ich das, sondern der Browser kümmert sich darum. Der Browser weiß, für welches Target-System er kompiliert wird und füllt dann diese Show-Open-File-Picker-Methode im Hintergrund durch die passende native Implementierung aus. Danach kann ich mir dann Zugriff auf die Datei holen, jetzt bin ich komplett im Browser-Land quasi unterwegs und kann jetzt damit irgendwas in JavaScript mit der Datei anfangen. Das will ich gerade nochmal kurz ein bisschen illustrieren. Wir rufen also die Methode Show-File-Picker auf, Show-Open-File-Picker auf. Sie ist da, wenn das Zielsystem diese Methode unterstützt. Wie gesagt, derzeit nur Chromium, außerdem auch nur auf dem Desktop, weil auf Mobilgeräten das Dateisystem typischerweise nicht an den Benutzer kommuniziert wird. Da arbeite man eher über Picker dann wieder, dass ich zum Beispiel dann Bilder auswähle oder so, aber typischerweise hat man da ja keinen Finder oder keinen Explorer, wo ich dann das Dateisystem rumwühle. Der Aufruf geht an den Browser und wie gesagt, der Browser weiß, für welches Zielsystem er kompiliert ist und ruft dann im Hintergrund die jeweils passende native Implementierung auf. Gut, jetzt habe ich hier sehr viel drüber geredet und am besten schauen wir uns das Ganze jetzt mal an einem echten Beispiel an. Ich habe hier eine Beispiel-App mitgebracht. Ich habe einen Paint-Klon implementiert auf Basis von Web-Components, der eine PWA ist und diese Fugu-Capabilities umsetzt und damit zum Beispiel jetzt auch besonders tief mit dem Dateisystem des Anwenders integriert werden kann. Unten sehen wir noch mal die zehn Eigenschaften überlagert. Ich habe quasi alle PWA-Eigenschaften implementiert, außer Deep-Linking. Das ergibt bei Paint keinen Sinn und Push-Benachrichtigungen, die gab es bei Paint noch nicht. Insofern sind diese beiden Eigenschaften ausgeklammert, aber alle anderen Eigenschaften dürften erfüllt sein. Und ja, falls ihr sie testen wollt, könnt ihr das gerne auch auf all euren Geräten machen. Ist ja Cross-Plattform. Das heißt einfach paint.js.org aufrufen und dann könntet ihr es quasi mittesten. Gut, ich bringe hier einmal kurz den Browser her und rufe das jetzt auch auf, paint.js.org und wie gesagt, es handelt sich hier um eine Web-Anwendung. Das heißt, zunächst einmal ist hier alles ganz einfach, denn dieser Paint-Klon funktioniert im Browser schon einmal echt gut. Ich kann hier drin rumzeichnen, ich kann, keine Ahnung, das Füll-Tool nutzen. Zack, hier, keine Ahnung, fühle mich nicht so kreativ heute Morgen und kann hier also wunderschöne, wunderschöne Zeichnungen erstellen. Jetzt allerdings möchte ich vielleicht diese Paint-App häufiger verwenden. Dann gäbe es zwei Möglichkeiten, ich könnte natürlich einen Bookmark machen, da muss ich halt wenigstens den Chrome-Browser noch starten oder aber ich möchte einen noch schnelleren, noch besseren Zugriff auf diese Web-Anwendung kriegen. Ich lade die gerade nochmal neu, weil ich noch einen Button vermisse, der hoffentlich gleich erscheint. Das passiert wahrscheinlich gerade im Hintergrund, weil die Offline-Kopie noch angelegt wird. Genau, da sehen wir gerade, es ist gerade irgendwie langsam, weiß nicht warum. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Screen-Share, dass dann irgendwie meine System-Performance echt einkracht. Ah, perfekt, jetzt ist es durch. Genau, also hier nochmal, das hier ist die, das ist meine Anwendung, die funktioniert im Tab schon mal top und zwar in allen Browsern, ja, und jetzt kommt die Fugu, das ist aber jetzt erstmal die PWA-Layer drüber, ich kann nämlich hier oben in der Adresszeile jetzt auf diesen Install-Button gehen und kann dort sagen Install. Was jetzt passiert ist, dass diese Anwendung das Browser-Tab verlässt und, hier drüben ist es passiert, in einem eigenständigen Browser-Fenster startet. Hier hinten dran liegt noch immer Chrome. Erkennen kann man das über die drei Punkte hier oben, das sehe ich noch, so ein Chrome-Menü und hier steht Open in Chrome. Das ist noch so ein bisschen die einzige Verbindung zum Browser, aber ansonsten erscheint diese App jetzt hier komplett nativ. Zum Beispiel hat sie auch einen eigenen Eintrag bekommen im Dock und ist jetzt hier auf der gleichen Ebene mit allen anderen Apps, die ich auf dem System habe auch. Und, was ich jetzt zum Beispiel machen kann, ist, ja, andersrum noch, ich kann hier auch den App-Spitcher bedienen und dort taucht die App auch auf. Also, es ist wirklich so, als sei es eine ganz normale native App, genauso wie mein Finder oder Chrome oder PowerPoint und so weiter und so fort. Jetzt machen wir die mal zu und machen die App nochmal auf und dann können wir diesen Zwischenspeicher sehen. Das heißt, die App startet direkt, die ist sofort da, ja, quasi mit dem ersten Frame, wenn man so möchte, ist die Anwendung da, weil wir nicht mehr übers Netzwerk gehen müssen und irgendwie noch DNS abfragen und so, sondern das Ding ist direkt da und wenn jetzt mal eine Internetverbindung kappen würde, dann würde die App auch immer noch funktionieren. Das ist der, das ist das PWA-Add-on sozusagen drüber. Ja, Janik fragt, ob wir eine signierte Version des Meisterwerks hinkriegen. Gerne, können wir gerne machen. Ich signiere hier mal, äh, signiere hier mal, äh, dieses schöne Gemälde und jetzt, damit ich euch das später geben kann, muss ich das natürlich abspeichern. Dafür kommen jetzt Fugu-Capabilities ins Spiel, denn das Ganze geht jetzt zum Glück, äh, ebenfalls mit Hilfe der Fugu-Schnittstellen kann ich hier oben ins Menü gehen und sagen, File, Save As, äh, dann kommt hier der, ähm, File-Dialog hoch auf den Desktop und dann speichere ich das Ganze jetzt mal als Drawing, ne, oder Signature, äh, Punkt PNG ab. Ich habe gerade noch folgendes, bevor ich speichere, bringe ich gerade noch hier mal den Finder her, dass man sehen kann, dass das Ganze auch funktioniert und wenn ich jetzt hier auf Save gehe, dann sieht man, wurde hier jetzt zunächst einmal die Datei angelegt. Ich mache es nochmal groß, ja, hier sieht man mal eine schöne Unterschrift und, ähm, weiterhin sieht man, dass Paint auch hier oben mitbekommen hat, wie die Datei denn heißt. Also hier in dem Fall ist gerade Signature Punkt PNG. Ähm, der umgekehrte Weg geht natürlich auch, ich kann hier auch auf Open gehen und, äh, genau, machen wir es gerade mal kurz. Ich kann auf Open gehen und, ähm, hole mir die Datei wieder her. Auch das geht natürlich und es geht noch vieles weiter. Zum Beispiel kann ich, wie es sich gehört, auch eine Datei hier rein dragen und droppen, ja, dann wird sie ebenfalls wieder geladen. Es geht noch mehr. Ich kann Paint schließen, kann rechts mal auf die PNG-Datei gehen und sagen Open With und auch dort hat sich meine Paint-App jetzt rein integriert und wenn ich jetzt hier Paint damit öffne, dann geht wieder meine PWA auf und es ist wieder mein schönes Gemälde da drin. Das ist noch nicht alles mit Fugu, äh, an Fugu-Schnittstellen, sondern wir können auch das hier machen. Wir selektieren hier den Bereich, ich habe den Bereich meiner Unterschrift mal genommen, gehe hier oben ins Menü und sage Copy. Jetzt kann ich die Preview-App vom Mac hochbringen, ähm, beim, äh, das ist quasi das, wenn man so will, Paint vom Mac und dann kommt hier der Inhalt aus meiner Zwischenablage. Ich kann auch den umgekehrten Weg fahren und kann sagen, hier geht das und kann sagen, ich will hier noch ein bisschen drin rummalen, so, selektiere das jetzt hier alles, gehe jetzt hier auf Copy und bringe es hier wieder zurück. Paste und zack, hier ist jetzt der Inhalt aus meiner Preview-App. Das heißt, diese Anwendung, obwohl jetzt rein Browser-basiert, obwohl nur durch Chrome im Hintergrund angetrieben, hat sich jetzt extrem tief, wie ich finde, mit dem System integriert und kann es hier wunderbare Produktivitäts-Workflows fahren. Das ist, was quasi schon heute möglich ist mit Progressive Web Apps, mit der Hilfe von Project Fugu. Und wenn ihr das testet mit anderen Browsern, dann wähle ich jeweils die verfügbaren Fallbacks, um eine auch relativ gute Experience hinzubekommen. Also in jedem Browser bedient sich diese App extrem sinnvoll. Gut, soweit mal zu einer PWA-Demo mit Fugu APIs. Und man sieht, da geht schon extrem viel. Okay. Okay. Jetzt könnt ihr sagen, toll, schön, wir haben eine PWA gebaut, aber ich muss leider in den Store rein, weil ich war vielleicht schon im Store, meine Nutzer sind das gewöhnt, oder aber mein Mitbewerber ist es auch, deswegen muss ich auch dort sein. Oder meine Nutzer. Mein Nutzerkreis ist so, dass die halt immer erst im Store schauen. Es gibt jetzt eine gute Nachricht, zumindest für zwei Stores. und vielleicht könnt ihr schon erraten, welcher dann auch eher nicht dabei ist. Was man nämlich machen kann, ist für den Google Play Store und für den Microsoft Store, also wieder, diese Fugu-Beteiligten, kann man eine APK- oder ein AppX-Paket in den Store stellen, in dem da nichts anderes drin ist, außer ein Link. Und dieser Link, der zeigt, auf eure PWA. Und dann, quasi wird dieses, wird dieses Bundle auf dem System installiert und wenn man das zum ersten Mal aufruft, dann startet ebenfalls wieder der Browser und navigiert dann zu dieser Origin und von dort werden dann die Quelldateien gezogen. Und diese Pakete kann ich einstellen in den Microsoft Store, die akzeptieren PWAs, auch der Google Play Store akzeptiert diese. Weiterhin noch der Samsung Galaxy Store. Meine letzte Info war hier, dass es allerdings nur im US-Markt funktioniert und keine Ahnung, ich nutze den Galaxy Store jetzt nicht. Insofern ist es, glaube ich, vielleicht auch verschmerzbar. Hier schon mal sehr gut, dass diese beiden Stores PWAs auch direkt aufnehmen und zwar unter Beibehaltung des exakt gleichen Deployment-Modells. Gut. Vorteile dieses Ansatzes. Das extrem Schöne an Progressive Web Apps ist, dass man die exakt einmal schreiben kann, muss und danach die maximale Reichweite erreichen kann. Wir haben keine Abhängigkeit auf irgendwelche App-Stores. Ich brauche also nicht irgendwie eine App-Store-Subscription, die mich dann im Jahr Geld kostet. Ich muss nicht durch irgendeinen Approval-Prozess durch. Ich brauche keine SDKs, die ich auf meinem System installieren muss. Ich brauche kein Android Studio, ich brauche kein Mac, auf dem Xcode läuft. Ebenso brauche ich keine Third-Party-Software, ich brauche kein Gradle, muss ich mit dem ganzen Zeug einfach nicht rumschlagen. Also das Leben als PWA-Entwickler ist einfacher als das eines Hybrid-App-Entwicklers. Dann ist das Deployment super einfach. Wir nehmen Quelldateien, werfen die auf den Server, ein SFTP reicht, ja, und dann werden die quasi beim nächsten Aufruf aktualisiert, die Anwendung. Also kein neues Einstellen, kein Update, kein Re-Approval, kein Redeployment über irgendeinen MSI-File, was ich deployen muss und so. Also es ist extrem einfach, das Deployment-Modell des Web, das ja seit Jahrzehnten mittlerweile sich echt bewährt hat. Das Gute ist, dass immer die aktuellste Version dann verfügbar gemacht wird. Also die Clients sind auch immer relativ aktuell, solange sie die App häufig verwenden. Und wir haben eben App-Store-Support bekommen für Microsoft Store und den Google Play Store, plus, wie gesagt, dann noch den Samsung Galaxy Store. Und Progressive Web-Apps sind komplett abwärtskompatibel, wenn man sich an dieses Konzept der Feature-Detection hält, das ich vorhin gezeigt habe, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite, denn dann klappt es halt eben auch auf älteren Browsern, zumindest mit den Schnittstellen, die dort zur Verfügung stehen. Kommen wir zu den Nachteilen. Es gibt keinen Apple App-Store-Support und PWAs darf man dort nicht hochladen. Das heißt, in diesem Fall oder für den Apple App-Store ist noch nichts verloren. Was wir dann machen müssen, ist klar, wir müssen die Anwendungsdateien nehmen, die bündeln in einem nativen Container und dann mit Capacitor oder Code over in den Store stellen. Das heißt, hier ist noch nichts verloren, aber es geht halt eben nicht so einfach, wie jetzt in dem PWA-Fall und wir haben wieder Approvals und so weiter und brauchen Mac, brauchen Xcode und so weiter. Und die Web-App-Gap besteht. Wir haben noch nicht alle nativen APIs in der Web-Plattform und wie schon angerissen, wahrscheinlich werden auch nie alle da drin sein, aber schön wäre natürlich, wenn wir relativ nah dran sind, hier hilft Project Fugu natürlich schon ein bisschen. Aber auch dann sind halt noch nicht alle APIs in jedem Browser verfügbar. Fugu-APIs haben schon oder manche davon haben auch ihren Weg schon in Safari geschafft. Clipboard-API, die ich vorhin gezeigt habe, ist in Safari drin. Web-Share-API hat Safari im Desktop sogar als erster implementiert. Auf der Firefox-Seite sieht es nicht ganz so gut aus. Da merkt man auch, glaube ich, so die Gesamtsituation, gerade das um den Browser als solches. Da passiert leider gerade in Richtung neuer Schnittstellen nicht mehr so viel. Ja, dann ist der Nachteil natürlich, dass ihr keine Kontrolle über die Ausführungsumgebung habt. Wenn ich halt jetzt meine PWA auf Edge installiere, dann laufe ich jetzt auf Edge. Wenn ich die PWA hier auf ein iPhone installiere, dann laufe ich auf WebKit. Das heißt, ich muss gefasst sein auf mögliche Bugs in den Runtimes. Local Storage ist gerade gebrochen in iOS 14.1. Ja, also voll der Horror tatsächlich. So was kann dann passieren. Das heißt, auf einmal laufen wir halt auf unterschiedlichen Engines und sind damit abhängig von deren Verhalten. Plus, um diese ganzen modernen Schnittstellen zu heben, brauche ich natürlich auch einfach aktuelle Browser, damit das Ganze klappt. Sollte das jetzt irgendein dieser Punkte für euch aber ein Problem sein, dann gibt es zum Glück Fallback-Lösungen und die Fallback-Lösungen, die schauen jetzt wie folgt aus. Wir können nämlich einfach die exakt gleichen Single-Page-Application-Dateien nehmen und deployen die jetzt einmal oder verpacken sie einmal mit Hilfe von Capacitor oder Cordova in ein mobiles, in ein Anwendungsbündel für mobile Systeme oder in eins für Desktop-Systeme. Das ist unser Way-Out sozusagen, wenn ich doch in den Apple App Store will, wenn ich Features brauche, die es im Web nicht gibt, wenn ich eine konkrete Ausführungsplattform möchte und wenn ich vielleicht auch nicht die neuesten Geräte adressiere. Beginnen wir mit Elektron. Elektron ist, wie gesagt, so eine Technologie, die man heute extrem häufig und extrem weit verbreitet sieht. Ein paar Beispiele habe ich da schon genannt. Jeder von euch kennt sie. Slack ist bei mir jeden Tag offen, beispielsweise Microsoft Teams, ebenfalls eine webbasierte Anwendung oder VS Code, ebenfalls komplett webbasiert und steckt dann nur in einem Anwendungscontainer, um zum Beispiel sowas wie den Dateisystemzugriff zu realisieren, den wir jetzt neuerdings im Web auch hätten. Ich will nur ganz kurz hier auf das Architektur-Diagramm hier reingehen. Ich habe es einfach mitgenommen, weil wir es bei dem PWA-Fall auch hatten. Hier verpackt man quasi in der Elektron-App zunächst einmal die Single-Page-App Quelldateien, aber auch einen kompletten Chromium-Renderer, also den quasi den quelloffenen Unterbau vom Chrome-Browser und wir packen rein eine Node.js-Runtime. Das heißt, schon hier kann man erkennen, dass dieses Bündel hier, dass diese Elektron-App schon ziemlich, ziemlich fett wird. Vorteil aber, wir kennen jetzt die konkrete Ausführungsumgebung. Wir bündeln nämlich Chrome mit uns mit, wir bündeln Node mit uns mit, wir kennen die Versionen, die da drin sind und damit ist das Ganze etwas stabiler, als mich halt auf die N-Runtime-Plattformen zu verlassen, auf denen dann meine Web-App später vielleicht läuft. Hier kann man dann über verschiedene Arten mit dem nativen System interagieren. Da geht es ja nicht über Web-Plattform-APIs beziehungsweise die sind natürlich auch verfügbar, aber wir können hier auf jede beliebige native Schnittstelle zugreifen, nämlich zum Beispiel über die Elektron-API. Da werden schon einige Sachen gekapselt, so vergleichbar zu diesen Web-Plattform-APIs. Dann aber auch die Möglichkeit über Node.js, was er dann wieder auf jede beliebige native Schnittstelle zugreifen kann, diese, ja, dies dann auszuführen. Auch hier kann man wieder sehen, welche Probleme das denn wieder mit sich bringen kann, denn eventuell muss ich dann unterscheiden. Bin ich auf Mac, dann tue ich dies, bin ich auf Windows, tue ich das, bin ich auf Linux, tue ich das und wenn ich eine Plattform vergessen habe, dann geht es quasi wieder von vorne los. Also, Vorteile dieses Ansatzes. Elektron deckt extrem viele Desktop-Plattformen ab, Windows ab Version 7, macOS ab Version 10.10, also quasi alle, so, die heute noch relevant sind, dann verschiedene Linux-Distributionen und wir können mithilfe von Elektron dann Apps einstellen in den macOS App Store, in den Microsoft Store und in Snapcraft einen Linux App Store mit den jeweiligen Prozessen natürlich, die da hinten dran stehen. Mit Elektron können wir jetzt alles machen, was native Apps auch können und wir laufen in einer wohl definierten Ausführungsumgebung, wir kennen Chrome, wir kennen Node und ihre konkreten Versionen und damit kann man auch schöne Integrationsszenarien mit nativen Anwendungen bauen, zum Beispiel über IPC-Brücken. Nachteile des Ansatzes ist es, dass der Wrapper leider extrem groß wird, selbst wenn ich nur eine Hallo Welt HTML-Datei nehme und in das Bündel reinwerfe, dann ist es leider schon 100 Megabyte groß. Klar, komprimiert dann noch ein bisschen kleiner, aber es ist halt ein Node drin und ein Chrome. Neben dem Vertreiben meiner Web-Anwendung muss ich mich dann auch noch darum kümmern, dass ich die Node- und Chrome-Version regelmäßig hochziehe, das heißt, ich muss auch noch zusätzlich zu meinen eigenen Updates gucken, wie ändert sich die Node- und Chrome-Welt und muss dann ein neues Bundle rausgeben, weil ich sonst meine Anwender einem Sicherheitsrisiko ausliefere. Und jede Elektron-Instanz fährt halt einen eigenen Browser hoch und ein eigenes Node, das heißt, man hat einen ziemlich starken RAM-Overhead und das ist wahrscheinlich auch so die größte Kritik an Elektron-Apps, dass man halt jedes Mal selbst für billigste Anwendungen einfach was ich gigabyteweise Arbeitsspeicher belegt. Soweit zu Elektronen. Kommen wir nun als nächstes zu Capacitor und zu Cordova. Vielleicht ganz kurz ein Wort zu Capacitor, weil es nicht ganz so bekannt ist, glaube ich, jetzt noch, wie Cordova oder aktuell, wie Cordova davor. Cordova wird von Ionic bereitgestellt. Ionic ist ein Framework, das dabei hilft, mobile Anwendungen zu schreiben und die haben sonst immer auf Cordova gesetzt und haben gesagt, jetzt machen wir es selber, aus primär einem Grund, denn bei Capacitor werden die nativen Projekte direkt mit in die Codebase mit eingecheckt. Bei Cordova ist es anders, dort entstehen die nativen Projekte als Bild-Artefakt sozusagen. Das ist, ich habe es schon eine Zeit lang genutzt, aber auch eine Abwägung von beidem, das ist echt nervig, weil manchmal muss man doch einfach Änderungen vornehmen an den Projekteinstellungen und die sind quasi beim nächsten Bild wieder weg. Das heißt, wenn ich einen drum fiddeln möchte mit diesem Bildprozess, habe ich bei Cordova verloren und müsste die Anwendung immer wieder hinten drauf applyen. Viel besser gefällt mir das Vorgehen von Capacitor, wenn ich hier ein Plattformprojekt erstelle, dann wird es direkt reingeschrieben in den Workspace, ich würde es mitkommitten, kann dort meine Änderungen vornehmen und alles ist gut. Capacitor ist weiterhin abwärtskompatibel mit Cordova und auch vielen seiner Plugins, das heißt, man kann hier relativ vieles weiterverwenden. Aus Anwenderperspektive würde ich sagen, spielt es fast keine Rolle, was man macht, also aus Entwicklerperspektive, als Anwender sowieso, da merkt man es gar nicht, aber aus Entwicklerperspektive ist es so, dass es mir einfacher fällt, einfach mit diesem in der Codebase eingecheckten Projekt dann zu arbeiten, finde ich, um Welten besser als den Cordova-Ansatz davor. Cordova ist aber nicht weg, das gibt es immer noch, allerdings, wisst ihr auch, hat sich da ein bisschen was getan. Cordova war ursprünglich mal von Adobe gebackt, eine Phone Gap, das kennt man noch, das war wahrscheinlich der bekannteste Name von diesen dreien. Phone Gap war ein Produkt auf Basis von Apache Cordova und Adobe war bis vor kurzem noch der Geldgeber, der größte Geldgeber für dieses Projekt. Phone Gap scheint kein Interesse mehr gewesen zu sein für Adobe, war schon lange auch veraltet, da ging nicht mehr so viel damit, das heißt, es ist bei Phone Gap schon ewig nichts mehr passiert und jetzt ist Adobe auch ausgestiegen mit dem Support für Cordova. Das hat Auswirkungen, nehme ich an, Capacitor und Cordova werden jetzt beide weiterlaufen zum nächsten Mal, aber Cordova ist auf die Community gestellt und wenn ich das jetzt neben Capacitor halte, wo quasi ein Unternehmen ist, dessen wirtschaftliches Interesse daran besteht, seine Ionic-Plattform quasi an den Mann zu bringen, könnte ich mir vorstellen, dass Capacitor als Gewinner aus dieser, ja, aus dem Szenario oder aus der Situation jetzt erstmal rausgeht. Aktuell sieht man, denke ich, nach wie vor noch mehr Cordova-Apps und wie gesagt, unten dran ist es eh relativ ähnlich, relativ vergleichbar, insofern, ja, werden wir sehen, was die Zeit bringt. Ich habe hier bewusst Capacitor in den Titel reingeschrieben, es ist auch das, was ich in Zukunft nutzen werde, was ich jetzt auch gerade in unseren Kundenprojekten einsetze. Cordova ist weit verbreitet, ich habe hier mal von appfigures.com eine Statistik mitgebracht, der unterschiedlichen Frameworks, die in Apps so genutzt werden und hier sieht man 22% der Apps, die jetzt im Apple App Store sind, die wurden mit Cordova gebaut und rechts im Google Play Store sind es 29%. Man sieht, dass es bei Google Play sogar Nummer 1 ist, beim App Store werden dann doch noch mehr Apps mit Swift nativ gebaut, ich denke, das spiegelt auch die Realität echt gut wieder, dieses Diagramm hier, das heißt, Cordova ist weit verbreitet, nach wie vor, ich schätze, das wird sich auch nicht ändern. Auch hier wieder kurze Übersicht über die Architektur, wir haben hier wieder unsere Anwendungsquelldateien, die wieder im Bündel liegen, was jetzt, sorry, was diesmal hier dieser Kasten ist und ne, Verzeihung, der Kasten ist es quasi gerade so, so hier, genau, da liegen die Quelldateien drin und ich kann wie gesagt Cordova Plugins mit dazu nehmen. Ein Plugin ist nichts anderes als eine Übersetzungsschicht zwischen JavaScript, was dann quasi mit der Single-Page-App sprechen kann und einer OS-Level-API. Sprich, das Geolocation-Plugin gibt mir nach vorne eine abstrakte JavaScript-Schnittstelle, im Idealfall abstrakt, das ist nicht immer so und dann kann ich dort sagen, ruf bitte die Geolocation-API auf, das Plugin geht zur nativen API, invoked die und gibt mir das Ergebnis zurück. Das heißt, hier haben wir diese Indirektion über das Plugin. Vorteil ist, wir können wieder alle nativen Schnittstellen aufrufen, sprich, wir liegen nicht zurück hinter nativen Apps. Das heißt, wir können das exakt gleiche erreichen. Hier, wie gesagt, das alles basiert dann aber auf der jeweiligen Webview des Zielsystems, sprich, auf Chrome oder was auch immer sich der Android-Anbieter dann für eine Engine rausgezogen hat, sowie WebKit dann auf der Apple-Plattform. Das heißt, auch hier wieder alles nativ möglich, man muss aber eventuell durch Plugins durch, das war so eine Extrakomponente in der ganzen Geschichte hier ist und man muss die Anwendungsquelldateien halt wieder mitbündeln, also auch wieder über den Store dann ausliefern. Vorteile dieses Ansatzes, genau, jetzt kommen wir in den Store, in den Apple App Store, können wir damit erreichen und Android Store ging auch. Wir haben Zugriff auf sämtliche native Schnittstellen, die es gibt und können damit jetzt auch dann offiziellen, ein offizielles App Store Deployment machen. Nachteile dieses Ansatzes, das Cordova-System ist leider, das Cordova-Ökosystem ist leider veraltet. Muss man sagen, ganz, ganz oft sind Plugins zum letzten Mal angepasst worden vor fünf Jahren. In vielen Fällen ist es okay, weil halt die native Schnittstelle sich seit fünf Jahren auch nicht mehr geändert hat, aber manchen Punkten irgendwie hat sich dann was in Swift geändert und dann muss man manuell mit dem Plugin rumfiddeln, der originale Autor antwortet nicht mehr und das ist nicht so schön. Da hilft das Capacitor auch nur bedingt, so manche Kern Funktionalität implementiert Capacitor selber, das ist top, das ist echt super, aber zum Beispiel manchmal will man eben doch noch ein Cordova-Plugin nutzen und dann, wenn das halt outdated ist, dann hilft uns Capacitor an der Stelle quasi auch nicht weiter. Sprich, für diese Kerndinge, die man häufig machen muss, ist man mit Capacitor da relativ gut unterwegs, sobald ich auf ein Plugin zurückgreifen muss, hängt es dann eben davon ab, wie gut der Plugin-Autor im Hintergrund das Ganze noch maintaint. Es ist, wie gesagt, jetzt eine Community-Sache. Nachteil ist natürlich auch, dass ich ein App Store Membership brauche und ich abhängig bin von den App Store Guidelines und dem guten Willen des Plattformanbieters, der vielleicht mal auf einmal mit mir konkurriert, wenn man dann seinen Apple Music rausbringt, wo ich Spotify bin und dann das eine irgendwie mehr darf als ich oder so. Oder es sind Dinge, die im Store gar nicht sein dürfen, dass ich also gar nicht reinkomme. Zum Beispiel, wenn ich eine Store-like Application in den App Store bringen wollte, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Steam bin oder so, dann komme ich da nicht rein oder ein Stadia oder was auch immer, darf ich da nicht hin. Oder aber ich muss Geld abgeben, wenn ich irgendwelche Käufe über meine App abwickele. Alles Gründe, warum ich vielleicht aus dem Store raus möchte. Weiterer Nachteil, App-Update oder Validierung, die können mehrere Stunden dauern oder Tage. Mittlerweile ist es relativ gut, aber ich sage auch dazu, während der Corona-Pandemie, gerade in der ersten Phase, habe ich Wochen gewartet auf einen App-Store-Deployment. Das war richtig frustrierend. Hier ist man also einfach echt abhängig von jemandem dritten, der, wie gesagt, manchmal sogar entscheidet, dann in Software sogar zu konkurrieren. Ganz aktuelles Beispiel, vorgestern ist der Gerichtsprozess gestartet, Epic vs. Apple. Habe jetzt einfach hier mal den Heiser-Artikel dazu rausgepackt und da geht es spannenderweise um genau die Themen. Falls ihr mal Lust habt und da rumschauen wollt, da wird zum Beispiel vorgeworfen, dass man jetzt als Web-App halt eben noch nicht so viel kann auf der Apple-Plattform, wie wenn ich eine native App bin, dass der App-Store in Vault-Garden ist und so weiter. Das heißt, das ist ein echtes Problem. Gut. Fassen wir das Ganze einmal zusammen. Also, die Realität heute ist, dass Anwender nicht mehr nur noch mit Internet Explorer 6 vor ihrem Windows XP-Rechner sitzen, sondern die Realität ist mehr so das. Haben ganz viele Browser, ja, vielleicht sogar im Auto, in unserem Kühlschrank, auf unserer Spielekonsole. Wir haben unterschiedliche mobile Betriebssysteme und wir haben unterschiedliche Desktop-Betriebssysteme. Das hier ist die Realität. Und jetzt können wir die irgendwie adressieren. Und wir könnten das auf verschiedene Arten machen. Wie gesagt, wir könnten ein Mac-Team gründen und ein Windows-Team gründen und ein iOS-Team gründen und ein Android-Team gründen, die dreimal dieselbe App schreiben. Ich weiß nicht, ob man euch Microsoft To-Do nutzt. Das finde ich voll Grütze, weil verschiedene Anwendungen verschieden stark sind. Ja, also das Produkt finde ich cool, aber die unterschiedlichen Apps finde ich nervig, weil dann kann der Windows-Client mal mehr als der Mac-Client und wenn ein Bug in Android gefixt wird, dann ist er in iOS nicht da. Das ist einfach, das ist nicht so cool. Dann gibt es die Multi-Plattform-Ansätze, wie gesagt, Samuel und Flutter oder eben jetzt die webbasierten Themen. Elektron, was den Desktop abdecken würde, Capacitor, Cordova, was die mobilen Systeme abdeckt und halt eben Progressive Web Apps, wo ich das Ganze einmal schreibe und dann die komplette Breite abdecken würde. Fassen wir das Ganze also jetzt nochmal kurz dann auf einer schönen Folie zusammen, was man denn machen sollte oder was meine Empfehlung wäre. Ich sage immer, dass man beim Entwickeln immer eine PWA im Hinterkopf haben sollte. Also euer Ziel sollte immer erstmal sein, dass es eine PWA sein kann. Warum? Es ist nichts verloren. Man kann danach immer noch in Polyfill quasi, für den ich hier Capacitor, Cordova und Elektron sehen würde, kann man immer noch rein wechseln. Andersrum geht es nicht. Das heißt, erstmal vielleicht für die PWA die PWA ansteuern und wenn es gebraucht wird, zum Beispiel Features, App Store Präsenz, dann eventuell drüber nachdenken, so einen Wrapper einzuführen. Aber das Investment in die Web-Anwendung lohnt sich quasi immer. Es geht nichts verloren. Ich denke, dass Capacitor und Elektron über die Zeit dann zunehmend unbedeutend, ist vielleicht sogar zu hart, aber unbedeutend derer werden würden über die Zeit. Denn mehr und mehr native Schnittstellen kommen ja unter anderem auch dank Fugu in den Browser. Das heißt, sowas wie VSCode könnte man theoretisch auch jetzt schon in den Browser bringen, die File System Access API ist da. Es geht noch nicht, weil zum Beispiel ein Terminal drin ist, wofür es halt keine Web-Stellstelle gibt und die wahrscheinlich einfach nicht kommt. Oder, okay, ja. Ich will mich ja nicht zu sehr aus dem Fenster hängen, vielleicht kommt es ja irgendwann doch, aber zumindest aktuell ist es eher nicht in Sicht. Das heißt, der Grund dafür sollte über die Zeit immer weiter abnehmen. Ihr könnt dann in eurer Anwendung gucken, ob es Support für eine neue Web-API gibt und sie dann benutzen und im Zweifel zurückfallen auf Cordova oder Elektron APIs mit dem Wrapper dann oder andere Browser-Alternativen, wenn die modernen Schnittstellen nicht zur Verfügung stehen. Und ansonsten lade ich euch ein, eure Use Cases und fehlende Capabilities immer auch an die Browser-Hersteller zu melden, an Mozilla, an Apple, an Google über die jeweiligen Bug-Tracker, denn die Browser-Hersteller sagen auch, ihr als Entwickler müsst uns sagen, was ihr braucht, damit wir dort unsere Priorität dann auch hinlegen können. Gut, soweit da alles, was ich euch mal sagen wollte. Jetzt hätte ich noch eine kurze Umfrage für euch. Göran, vielleicht kannst du mir helfen. Ich würde gerne von euch wissen, was ihr denn jetzt bevorzugen würdet für eure nächste App. Da ist eine Multi-Auswahl-Box, was die die App, die ihr vielleicht gerade im Kopf habt, was käme da jetzt für euch so in Betracht und ich sage immer wieder auch, das kann, es gibt, wie gesagt, für PWA das mal anvisieren und dann gibt es aber dennoch die Möglichkeit, andere Ansätze zu nehmen. Aktuell habe ich gerade zwei Capacitor-Projekte am Start. Da haben wir auch erstmal in Richtung PWA geschaut und dann aber gesehen aufgrund der Anforderungen oder aufgrund der Schnittstellen, das haut nicht hin, dann müssen wir eben dort auf Capacitor gehen. Kann konkret sagen, worum es geht. Eine App braucht sehr, sehr viel Speicher. Das ist auf Android und mit Chrome nicht so das Problem. Auf iOS-Geräten schon, da darf ich maximal einen Gigabyte belegen. Die brauchen mehr. Insofern muss man da dann entsprechend in einen Capacitor-Container gehen. und ein anderes Projekt, das möchte ich gerne in den Apple App Store. Dann ist auch hier die Wahl klar, dann müssen wir eben Capacitor nehmen. Und im Hintergrund haben wir die Apps aber dennoch schon als PWA gebaut, dass man so später, wenn sich irgendwann mal was in der Situation ändert, auch direkt übers Web vertreiben kann. Erstmal vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Das fällt ja schon mal sehr viel PWA aus. Jo, sehr gut. Das finde ich auch und ich glaube, das ist sogar recht gut abgedeckt so von der Verteilung, denn für die meisten Fälle dürfte PWA tatsächlich auch einfach sehr, sehr hilfreich sein. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in eure Fragen. Dann, Werner, Frage, habe ich Capacitor versus Cordova ausreichend gut erklärt oder gibt es noch Rückfragen dazu? Ansonsten komme ich gern zur nächsten. Wie sieht es bei Apple in Bezug auf PWA aus? Also, ich glaube, dass dieser Gerichtsprozess gerade so ein bisschen da, keine Ahnung, das ist jetzt Orakelei, sag ich mal, dass der vielleicht Auswirkungen haben könnte. Apple hält sich grundsätzlich bedeckt, was die Zukunft von WebKit anbelangt. Ich habe auch schon einige Leute quasi getroffen, so face-to-face. Da ist man ja, können wir leider nichts dazu sagen. Wir kommentieren offiziell keine Pläne und so. Das heißt, bei Safari ist man immer darauf angewiesen, den Change-Log zu lesen, wobei auch das nicht stimmt. Das einfach auszuprobieren, weil manchmal sind die Schnittstellen einfach da. Zuletzt ist der Context-Picker gekommen, ist eine Fugu-API, die jetzt zumindest mal als Experiment in Safari drin ist. Aktuell gibt es gerade Verbesserungen beim Web-App-Manifest, was dort nur teilweise unterstützt wird. Das ist jetzt gerade im Repo der Spezifikation. Sieht man auch, dass zumindest mal sich Apple hier neue Eigenschaften anschaut, die sie bisher noch nicht angeschaut haben. Das deutet darauf hin, dass da schon was passiert, aber es ist jetzt halt eben nicht wahnbrechend schnell. Es gibt Schnittstellen, die sie nicht unterstützen, zum Beispiel Push-API gibt es in Chrome seit über fünf Jahren, glaube ich, ist in iOS noch nicht da. Das heißt, auf der Apple-Plattform kann es sein, dass man warten muss, vielleicht kommt es auch nie. Die Antwort ist wahrscheinlich nicht ganz so zufriedenstellend. Ich würde gerne sagen, so und so sieht es aus, aber mehr kann man dazu tatsächlich einfach nicht sagen. Das heißt, abwarten, zuschauen und gucken, was passiert. Auf jeden Fall vielen Dank, Chris, für die Informationen und die Erfahrung und dein Wissen zu dem Thema. Eben kam gerade direkt noch eine Frage rein, ob du ein Beginnertutorial empfehlen kannst. Und hier, da, hier, nee, da. Hier haben wir sogar was. Das passt eigentlich sehr schön dazu. Das ist ein Buch über Progressive Web Apps. Wenn ich so rumdrehe, kann man so den Autor, glaube ich, auch erkennen. Könnte der Chris sein. War weniger, weniger Bart. Nee, also, ist jetzt vielleicht nicht die Antwort nach einem direkt Tutorial, wie man es jetzt vielleicht von Angular.io kennt mit der Tour of Heroes oder sowas. Das Werk von Chris ist natürlich ein bisschen umfassender, kann man, denke ich, aber trotzdem ganz gut als sehr, sehr schönen Einstieg bezeichnen. Kapitel 9 macht einen kompletten Walkthrough quasi durch durch PWA mit Angular. Aber wie gesagt, das sind wir etwas biased. Also, es gibt natürlich noch genug andere Materialien. Es gibt auch in der MDN beispielsweise findet man eine super Beschreibung, also Mozilla Developer Network findet man eine Top-Beschreibung der unterschiedlichen PWA-Eigenschaften. Es gibt Kurse dazu auf den einschlägigen Portalen nach Pluralsight und so weiter. Genau, also da ist mal, da gibt es genug Content, den man sich da hernehmen kann. Der Punkt ist halt, sorry, da muss ich gerade noch kurz ausruhen, gehören, PWA ist eine Entscheidung, aber es ist halt nur eine in dem Prozess. Zum Beispiel müsste früher schon mal fallen, welches Framework werde ich nutzen oder will ich überhaupt eins nutzen? Also, da geht es eigentlich schon los. Das heißt, man müsste die Fragestellung schnell etwas breiter betrachten, quasi. So, ich hoffe, das ergibt Sinn. Was ich eigentlich noch verraten wollte, was du jetzt fieserweise unterschlagen hast, ein Punkt, der sehr schön zu der Frage passt, zum Beginn der Tüftel für PWA und auch zum Pollergebnis. Du hast ja dein Wissen nicht nur in so einen Talk hier gegossen, sondern auch in den Cheat Sheet zum Thema PWA. Ich würde euch jetzt auch mal einblenden wie das Expert One-on-One. Da könnt ihr euch dann über das Cheat Sheet freuen zum Thema. Und das untermauert zumindest oder vereinfacht den Einstieg, denke ich, auch ganz gut. Da sind neben den Buzzwords jetzt mal auch ein bisschen Erklärung dabei rudimentär. Aber es gibt schon mal eine sehr gute Richtung. Genau. Meine Einladung von Beginn des Webinars würde ich gerne auch mal wiederholen. Ihr seid sehr gerne eingeladen, euch einen Slot beim Expert One-on-One mit Chris zu krallen und auch vielleicht nochmal auf Fragen einzugehen. Dabei zählen alle Fragen. Das müssen jetzt keine Deep-Life-Fragen mit PWA sein. Wenn ihr grundsätzlich Fragen habt, ob eure Vision für ein Projekt oder für ein Produkt in Richtung PWA passen könnte oder Capacitor, Elektron, was ganz anderes, nehmt euch gerne die 20 Minuten und sprecht mit dem Chris darüber. Ihr freut sich bestimmt. über den Austausch. Ich blende es euch gerade nochmal ein. Wenn ihr im Nachgang auf die Idee kommt, dass es wertvoll sein könnte, bekommt ihr den Link dazu auch nochmal mit dem Webinar-Content, also Recording etc. Da könnt ihr euch dann auch nochmal registrieren. Ja, dann sollte das soweit passen für heute, oder? Ich würde auch sagen, das Wetter hat sich verschlechtert bei mir, Göran. Wie ist es bei dir? Also mein Gemüt hat sich natürlich extrem erhält nochmal durch dein Talk. Okay, sehr schön. Genau, der Wetter ist echt nicht dazu da, um auf der Terrasse zu essen, außer das Essen ist so heiß und muss kalt geblasen werden. Dann geht das wahrscheinlich ziemlich fix. Vielen Dank von meiner Seite fürs Mitmachen. Chris hat auch was gelernt, dass Capacitor ein Kondensator ist. Fragen wir beim nächsten Webinar ab. Genau. Genau. Gute Zeit. Bleibt gesund, bleibt fit. Wir sehen uns im nächsten Webinar. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.